Hallo ihr Lieben, ich habe eine Rune für das Jahr 2021 gezogen und ich habe die Rune darum gebeten, dass sie mir diese Rune zeigen, welche die Energie des kommenden Jahres am besten symbolisiert. Und es kam die Rune Raido und als ich die Rune in Händen hielt und sie betrachtete, kam sofort ein Gefühl der unendlichen Kraft, was von dieser Rune ausging und parallel kam mir der Satz in den Kopf, es ist Zeit, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Und ich habe dann das Bild eines großen und mächtigen schwarzen Hengstes gesehen und als ich mich in dieses Bild vertieft habe, habe ich die Energie gespürt, die Kraft gespürt, die Dynamik gespürt, die in diesem großen, kraftvollen Pferd liegt, in seinen Muskeln, in seinem gestellten Körper, in seinen Sehnen. Da war so eine unendliche Kraft, so eine Dynamik drinnen, wo ich mir dachte, wow, okay, das wird ein spannendes Jahr werden. In welcher Art und Weise wird sich diese Kraft uns präsentieren? Und dann kam aber noch parallel die Botschaft dazu, die ich gespürt habe, dass zu diesem kraftvollen Pferd auch ein sehr geschickter Reiter dazugehört. Denn nicht jeder Mensch ist in der Lage, vor allem wenn er noch nie wirklich geritten ist, einen so großen, starken und mächtigen Hengst zu reiten, zu kontrollieren, diese Kraft konstruktiv zu nutzen. Und da habe ich gespürt, okay, interessant, wir haben eine ganz, ganz große Kraft zur Verfügung, aber ob diese Kraft was Gutes bewirkt für uns oder eher in eine destruktive Weise gelenkt wird, hängt von uns ab als Reiter. Sagen wir mal, wir schwingen uns aufs Pferd und die ersten 100 Meter des Weges sind ein schöner, breiter Forstweg und alles ist toll und auf einmal kommt ein Hindernis. Wie reagieren wir denn da mit dieser Kraft? Stürmen wir kopflos drauf los und sagen, ach, das passt schon, ich habe so ein starkes Pferd. Ich durchbreche dieses Hindernis? Oder guckt man erstmal ein bisschen geschickt, ah, kann ich drüber springen? Oder ist es vielleicht doch klüger, außen drum herum zu gehen? Oder wer weiß, vielleicht ist es doch geschickter, weil dieses Hindernis so massiv ist, dass ich doch lieber einen kleinen Umweg reite. Mit so einem Pferd, das so schnell ist, so viel Energie hat, da wird das ein minimal längerer Umweg sein, um an mein Ziel zu kommen. Aber dafür komme ich sicherer an. Und das fand ich eben sehr, sehr spannend, dass sich wirklich ganz deutlich gezeigt hat, dass diese Kombination zwischen Reiter und Pferd das Resultat bringt. Ich bin überzeugt, dass wir die Kraft dieser Rune in vielfacher Weise sehen werden im kommenden Jahr. Sowohl in konstruktiver Art, dass immer mehr Menschen aufstehen und sagen, hey, uns reicht es jetzt. Wir kommen jetzt in unsere eigene Kraft. Wir kreieren jetzt unser Leben, unser neues Leben, das wir sehen wollen, durch die Macht unserer Individualität, indem wir unser innewohnendes Schöpferpotenzial nutzen. Und wir werden diese Kraft der Rune sicherlich auch in nicht so konstruktiver Weise sehen werden, dass auf globaler Ebene sicherlich das Potenzial für soziale Unruhen, für Aggressionen, für Wut erheblich steigen wird. Und da muss man sich fragen, bringt das denn wirklich was? Bringt das denn die Veränderung, die ich sehen möchte? Oder gibt es vielleicht geschicktere Wege, wie ich mit meiner Kraft, mit der mir zur Verfügung stehenden Energie umgehen kann? Ja, und das war eben die Weisheit, die in dieser Rune liegt. Es ist nicht die Kraft allein, die die Veränderung bringt. Es ist auch der Reiter, mit welcher Geschicklichkeit er diese Kraft kontrolliert und reitet. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch schon mal einen wunderbaren Jahresausklang und einen guten Start in das neue Jahr und alles Gute und bis bald. Tschüss!